Hallo und herzlich willkommen zum Landwitcher Summator 15 auf der Gunsting-Map zusammen mit dem Jan. Hallo. Ja, ich muss sagen, ich finde den Ertrag auf dieser Map ziemlich scheiße. Ja, der ist gering. Ich habe ein Drittel dieses Feldes und war noch nicht tanken. Also abtanken. Ja, und man könnte auch fast sagen, dass ich 49% erst im Buker habe. Und das ist unser mit Abstand größtes Feld. Hm. Ja. Heute habe ich meine erste und einzige Fahrstunde mit dem Motorrad. Yeah. Und war geil auf dem dickeren Motorrad? Das kann ich ja noch nicht sagen. Ach so, also du hast die morgen am Sonntag. Nee, ich habe die am Montag halt, wenn die Folge kommt heute. Ach man, ich dachte, jetzt hättest du mal was hier zu erzählen, wie das so ist, wenn du mal ein bisschen mehr PS hast. Ja. Die Frage ist halt, wie ich drauf sitzen kann, weil BMW ist jetzt nicht so mein Ding. Ist das eine Sportlade? Nee, ne, ich frage ich. Oder Tuba, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwas hier, 650 oder 850 Kubik oder sowas. Muss ich überhaupt noch gucken, wie ich da, ob ich da vernünftig drauf sitzen kann. Und ob ich da mit Cross-Stiefeln drauf fahren kann, ob das mit dem Kalkgestänge und allem drum und dran passt. Das wird noch interessant. Und da ich ja momentan leider nicht mehr selber mobil bin, da das Motorrad ja verkauft ist, muss ich auch gucken, wie ich nach Hause komme, weil ich wollte ungern dann in voller Motorfahrrad fahren. Obwohl, kommt doch cool. Nee. Sorry, nee. Also mit, äh, in voller Motorfahrrad fahren, das ist, äh, also das gehen mir jetzt nicht mehr darum, was... Das sind, äh, das ist wie Leute, die mit Integralhelmen Fahrrad fahren. So was gibt's? Ja, hab ich schon mal gesehen. Das Einzige, was daran cool war, das war ein Helm, der fast 1 zu 1 zu Stick mäßig war. Okay. Ja, es geht mir, ging mir jetzt nicht mehr darum, dass es, äh, ob's scheiße aussieht oder so, weil das würde mich nicht mal jucken. Nur, äh, strampel mal 10 Kilometer in voller Motorradmontur auf dem Fahrrad. Da weißt du hinterher auch, was du gemacht hast. Und angenehm ist halt nicht, vor allem mit den riesen, mit den riesen Botten dann in die Fahrradpedale drehen. Ja gut, aber du hast du oder so da riesen Botten, ne? Naja, aber die Cross-Botten sind nochmal ein bisschen bottiger. So Kindersärge. Ja, du kennst die doch. Ja. Das ist ja das Problem. Ja. Andere Menschen passen da zweimal rein. Ja, durchaus. Wäre eigentlich mal interessant, dein Fuß neben so einem, weiß ich nicht, weiblichen Fuß mit Größe 36, 16, gut, äh, 36 oder sowas. Oder 38. Da gibt's jede Menge Bilder von. Halt immer, wenn man irgendwo mal privat auf einer, auf einer Party ist und dann sich seiner Schuhe entledigt, irgendwer kommt immer auf die Idee, äh, da mal rein zu schlüpfen. Und das findest du auch witzig? Och. Geht so, ne? Mich stört das nicht. Also, es hat so immer eine junge Dame versucht, mit ihren Schuhen in meine Schuhe hinein zu schlüpfen. Und das hat funktioniert? Das hat funktioniert. Und meine Schuhe waren zugebunden. Oh, scheiße, bist du groß. Oh, kam Ring, hab ich mich da fast dran gewöhnt. Da hat man dich ja auch quasi nie drinnen gesehen, immer draußen. Da kommst du einen dann auch irgendwie gar nicht so groß vor, muss ich sagen. Am heftigsten ist immer, wenn du bei dir zu Hause die Tür aufmachst. Das ist quasi immer Umstellen von normal auf arktik. Da muss man sich halt möglichst schnell immer umgewöhnen, dass man beim Sprechen immer einen 45-Grad-Winkelgen-Himmel anstrebt mit dem Nacken. Ja, das ist ganz witzig. Wie gesagt, ich hab ja jetzt noch ein bisschen gearbeitet. Und momentan ist halt der eine festangestellt bei uns im Betrieb in Urlaub. Und da gibt es jetzt momentan eine Urlaubsvertretung. Und der ist halt so ein bisschen Rocktalk-Style. Also, wenn es hochkommt, 1,65 und halt doch schon eine ordentliche Kugel trägt da mit sich rum. Und der kam da jetzt in den letzten zwei Tagen so überhaupt noch nicht drauf klar. Ja, aber es ist auch irgendwie echt komisch. Gerade auf der lauten Gamescom damals vor über einem Jahr, wenn ich dir dann was erzählen wollte oder so. Und normalerweise bei allen anderen neigst du ja so ein bisschen in den Kopf, sag ich mal. Wenn man mit leicht Großen redet und beugst dich so ein bisschen zu denen hin. Ja, wenn ich mich neige und beuge, dann rede ich ungefähr mit deinem Bauchnabel. Das war immer das Schlimmste. Ja, das Schlimme für mich ist halt, wenn dann jemand mich anspricht in einer etwas lauteren Umgebung, ne. Ich weiß nicht, ich kümme mir da immer so blöd vor, wenn ich mich dann zu jemandem runterbücke. Ich weiß nicht, ich kümme mir da immer doof vor. Ja, und das Problem ist, man versteht dich auch so schlecht, weißt du. Du redest da oben mit der Decke und man selber steht da unten und denkt sich, zumindest auf der Gamescom, weil es halt ultra laut war, ne. Ja, andersrum ist es halt nicht besser. Und ich kenne das halt auch von der Arbeit, wenn es da wirklich laut ist, ne. Ja. Halt Waschanlage am Rödeln und Hochdruck läuft und so. Wie ist das eigentlich, wenn jemand in einem Sportwagen vorbeikommt? Da musst du dich ja auch, da musst du quasi in den Knien gehen und dann noch wücken, ne. Wenn du mit dem irgendwie, welches Programm wollen sie? Äh, ich kassiere ja nicht. Also du musst eigentlich nie mit dem reden? Nö, nö. Ich habe jetzt nicht so den direkten Kundenkontakt, außer ich werde mal draußen angesprochen oder also wenn man halt mal über den Hof geht, ne, einen kleinen Hofgang macht. Oder, äh, wenn man halt als erster quasi zur Stelle ist, wenn der Kunde vorfällt, dann sagt man halt hallo. Dann werden direkt die Felgen eingeweicht. Genau. Aber heute war echt, was die Sportwagen angeht, eigentlich ein ganz schöner Tag. War aber hier auch. GT3 RS. Oh. Also wir hatten bei uns in der Box, hatten wir einen F12 Galinetta. Okay. Du hast gewonnen. Und, äh, dann in der Waschanlage hatten wir dann noch die beiden, äh, deutschen sportlichen Kombis. Einmal Audi, vertreten mit dem RS6 und einmal Mercedes mit dem E63 T-Modell. Auch ziemlich pedo. Vor allen Dingen E-Klasse hat ja alternativ hinten noch einen sechsten und siebten Sitz im Kofferraum, ne, als T-Modell. Das, echt, das wusste ich gar nicht. Zumindest habe ich das damals auf der Präsentation von der E-Klasse gesehen. Ich glaube, das hat sie auch noch. Obwohl, kann auch sein, dass das die letzte E-Klasse war, die vor fünf Jahren kam. Okay. Ja, auf jeden Fall. Dann halt auch so die etwas normaleren Autos, was man halt häufiger mal sieht, halt C63. Ja gut. 63er sind eigentlich nie so ganz normal, ne? Ja, aber wir haben bei uns halt mehrere Kunden, weil, äh, direkt der Nachbar quasi von uns, äh, der ortsansässige Spediteur hat halt einen C63. Und mein Motorradhändler fährt auch einen C63, wohlgemerkt T-Modell. Und, äh, wenn die Samstagsfeierabend haben, fängt er halt auch mit seinem Wagen in die Wäsche. Ich muss sagen, ich feiere sein Kennzeichen extrem. Weil, also Kreis möchte ich jetzt so schmerzweise nicht sagen. Ja, ja, reden wir gleich drüber, würde ich sagen. Hä? Achso. Den Kreis möchte ich jetzt nicht sagen, aber das Kennzeichen halt C63 finde ich halt einfach geil. Achso, okay. Ich dachte, jetzt kommt sowas wie irgendeinem Wort aus den, äh... Nö, nö. Also sowas wie doof beispielsweise. Ja, bei Dortmund doof, klar. Oder... Letztens habe ich noch was Witziges gesehen mit Nico. Ich laufe, äh, lau... Nö. Nö, fällt mir nicht mehr ein. Irgendwas Lustiges, das ist irgendwie so in Richtung Tuff-Tuff oder so. Und wusstest du, dass der TÜV, da habe ich noch nie drauf geachtet, TÜV-TÜV-Nummernschilder hat? Nee. Nicht drauf geachtet. Echt? T-U-V. Als Kreis. Okay. Sieht extrem witzig aus, eben wie ein Ü. Also ich finde aber allgemein, äh, die Umlaute sehen komisch aus. Also ob es jetzt ein Ö ist oder ein Ü oder was auch immer. Gibt es sowas überhaupt ansonsten auf den Nummern schildern? Ja. Gibt es. Hier in der Nähe haben wir nur welche ohne Umlaute. Mir ist aufgefallen, dass quasi der äußerste Zipfel von meinem Kreis ja quasi schon Liebe mit deinem Kreis macht, ne? Äh, richtig. Obwohl, da hatten wir, glaube ich, eh irgendwann letztens drüber geredet. Ja. Wegen besagter Landstraße. Ja. Aber ich weiß nicht, eigentlich können wir in echt nur mal eine Fahrradtour machen und dann halt am Rhein treffen. Ja. Wobei, da bin ich, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen mehr zu schampeln als du. Ja, 20 Kilometer bis zum Rhein und dann halt am Rhein runter. Du hast wahrscheinlich eher so 35 Kilometer bis zum Rhein, würde ich mal schätzen, vielleicht 40. Ja, also bis zur namensgebenden Stadt für den Kreis, habe ich es, glaube ich, ein bisschen weiter. Aber ich habe es allein, bis ich auf der Autobahn bin, sind es 15 Kilometer von mir aus. Und dann geht die eine Bundesstraße ja noch eine ganze Ecke weiter, bis ich dann überhaupt mal da bin. Also bis sich unsere beiden Bundesstraßen überhaupt treffen. Und das Problem ist, solange ich besagtes, kaputtes Handy habe, könnte man, wenn man sich verpasst oder so, oder sich irgendwo treffen möchte, keine spontanen Absprachen treffen. Das stimmt natürlich. Da habe ich heute noch so dran gedacht, scheiße, was hättest du gemacht, wärst du heute auf der Gamescom gewesen und dein Handy hätte auf einmal da gestreikt. Mein Display ist für die Zuschauer als Info, reagiert auf einmal nicht mehr. Ja, dann musst du den Dennis halt als Begleitung schnappen. Ja, aber Dennis muss malochen, malochen. Ja, stimmt, der ist jetzt auf Ausbildung. Wir müssen eigentlich mal mit dem reden, wie es bei dem so läuft. Ich meine, der ist jetzt schon bald die erste Woche rum. Richtig, beziehungsweise er hat die erste Woche rum. Ja. Auch krass, ich kenne jetzt Dennis auch schon bald drei Jahre. Ja, ja, wie die Zeit vergeht. Ich fand's ja auch extrem witzig, wie viele halt so auf LS17 gepocht haben, dass das hoffentlich kommt und so weiter. Es war ja eigentlich klar, dass es nicht kommt. Wobei es die Sensation schlechthin gewesen wäre, hätten sie das gebracht. Einfach so nach dem Motto, ja, 15er war jetzt nicht der Riesenschritt. Wir hauen jetzt den 17er rein und machen alles besser. Wär auf jeden Fall interessant gewesen. Aber war halt eigentlich überhaupt gar nicht mitzurechnen, weil Giants auch, ja, nicht unkreativ ist. Aber jetzt, die bleiben eigentlich immer ihren Richtlinien treu, ziemlich. Aber das Arbeitstempel wäre wahrscheinlich auch nicht, äh... Obwohl, äh, Fructo hat gesagt, äh, es arbeiten bereits ca. 20 Leute dran. Okay. An LS17. Wo ist es eigentlich, dass es Team von Giants? Ich weiß es nicht. Du kannst es, glaube ich, auf der Giants.com-Seite sehen. Wobei, du musst halt Giants-Software.com, glaube ich. Weil wenn du Giants.com, das ist irgendein amerikanischer Football-Club. Ja, New York Giants. Ja. Da kommen wir jedes Mal drauf, wenn ich auf die Seite will. Da kann man Cappies kaufen. Die guckt mich da immer so schön an. Und das Beste ist, ich kenne einen Freund von uns, der Barock am Ring mit war. Ja, schon klar. Der einen Cappy entsprechend hat. Der Leon. Ja, das war mir schon klar, dass du darauf hinaus wolltest. Und damit, äh, das wusste ich sogar, weil die hat er ja sogar bei Dings dabei gehabt. Ja? Ja, ja, die hat er Barock am Ring angehabt. Und manchmal hat er auch, äh, ich glaube, San Francisco oder sowas. Äh, ja. Hatte der mehrere Cappies mit? Was ist denn das für ein Junkie? Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen sein Hobby geworden. Ich weiß nicht, ich finde das ein bisschen albern. Vor allem sind die halt einfach sauteuer. Aber das war ja eine oder zwei, aber dann nicht für jeden Wochentag eine andere, ne? Ja. Ist generell so, so wie die Leute hier, wie hießen diese, diese großen Uhren, wie hießen die nochmal? Die eine Zeit lang auch irgendwie jeder haben musste. Diese, äh, mit dem, mit dem Rad da drum, weißt du? Wo du quasi das, den, diese Ziffernleiste verschieben konntest. Icewatch, ne? Also Icewatch war halt das Original. Und dann gab's da die ganzen Kopien davon. Genau. Und da gab es ja auch Leute, die sich dann eine blaue geholt haben, eine schwarze, eine rote, was weiß ich was, wie viele Farben. Nur damit das halt farblich immer zum Abendkleid passt. Oder wie man das auch immer dann sehen soll. Ja. Weiß nicht, war auch nicht so meins. Ich muss auch sagen, ich bin überhaupt kein Uhrenmensch. Ne. Aber ich glaube, das ist eigentlich so die ganze Generation, aus der wir kommen. Und was jetzt danach kommt, könnte sich vielleicht irgendwann wieder drehen, wegen Smartwatches. Äh, Smartwatches, doch, Smartwatches. Äh, ja. Dass die vielleicht wieder da hinkommen. Aber man guckt doch, man kann doch eh die Uhrzeit auf dem Handy sehen. Warum soll man dann eine Uhr tragen, ne? Ja, das ist dann eigentlich nur ein Accessoire. Und ich weiß nicht, vor allem im jungen Alter ist es halt auch so, da ist man, äh, da geht sowas doch eher nochmal kaputt, ne? Ja. Wobei, äh, ich hab lange Zeit ne, links getragen, ne, relativ robuste Uhr. War jetzt halt nichts Schickes, aber relativ robust. Das war eigentlich ganz cool. Das hatte ich auch. Aber das war noch so, weiß ich nicht, Grundschule. Also so, als ich irgendwann, ich glaube, als ich meinen iPod Touch damals, da haben wir auch irgendwann mal letztes drüber geredet, wie das damals alles so war. Äh, als das kam, als der iPod Touch kam, ich glaube, da hab ich so langsam aufgehört, ne Uhr mit mir rumzutragen, weil da hatte ich ja eben aber den iPod dabei. Na, ich glaube, ich hatte die noch, äh, so bis zur achten Klasse oder so relativ regelmäßig an und regelmäßig, äh, sollten wir mal ein Part N setzen und zwar ungefähr nach 15 Minuten. Jo, und deshalb sehen wir uns erst morgen wieder. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.